gleich geschafft das wetter das macht alles es macht einfacher aber es macht auch schlimmer irgendwie ja so dieses hin und her aber es erleichtert das fasten auf jeden fall ich habe depressionen jetzt schon ich faste noch nicht mal 24 stunden gatte gatte ist doch das schönste ablasten eigentlich oder man sitzt einfach mit dem am abendtag ist sonst passiert das vorläufig sieht auf jeden fall zehn von zehn aus werden alles gekocht bei der mama sehr traditionell wird das fast im recht mit einer datum wir haben hier jetzt eine süße datum weil ich mag keine datum muss man erst wasser trinken oder erst erst dattl zuerst dattl und dann ein schluck wasser ich habe sie schon gegessen alle schon weg alle weg diesen sehr lecker ja genau danke dass ich hier sein darf und mit euch fasten brechen darf so das ist schon da hast du also ich muss jetzt ehrlich sagen so nach dem essen mir geht es gut ich konnte nicht so viel essen wie sonst ich hatte mehr durst cheffen hat gesagt aber man soll nicht so viel trinken am anfang jetzt mal zehn von zehn dankeschön aber was bist du jetzt als erstes klassisch glaube ich habe gedacht wirklich als wir die baklava gekauft habe ich es locker drei stück davon kann nicht mehr ich habe mich jetzt verabschiedet es geht jetzt nach hause ich muss auch noch ein bisschen schlafen wir haben hier eine dicke lunchbox also ich sage euch so wie es ist das essen habe ich anders gewertschätzt es hat so zehnmal besser geschmeckt wirklich ein dickes danke ich habe da jetzt nicht so viel filmen wollen weil leute mit oma mit mama mit alans freundin da will ich jetzt nicht so Sein bruder auch da will ich jetzt nicht so viel Filme nimmt mit sich sechs ein halb stunden so guten morgen deutschland österreich schweiz lichtenstein und luxemburg und herzlich willkommen zu einem weiteren video leute ja mir ist es wirklich passiert vorgestern und von gestern fehlen mir aufnahmen also fehlen mir nicht aufnahmen sondern die haben einfach komplett keinen ton randy ist seit zwei tagen am fasten und wir haben es jetzt ungefähr zehn vor eins mittags ich habe gestern nacht noch mal um 3.30 gegessen ihr könnt sagen was ihr wollt aber der teller sieht aus wie eine 10 von 10 danke fürs gespräch und im heutigen video werden wir zusammen herausfinden wie ein iftar abendessen draußen ist und am sonntag werdet ihr das video sehen wo ich mit einer familie zusammen Iftar machen werde ich wollte daraus eigentlich ein video machen das wird aber jetzt nicht ganz funktionieren weil mir einfach aufnahmen fehlen oder müsste ich das jetzt alles so faken und das kann ich einfach nicht Das heißt ich wünsche euch ganz viel spaß in diesem video und in diesem sinne legen wir los Real talk das habe ich heute schon acht mal gemacht dass ich an den kühlschrank gegangen bin nur geschaut hat was da ist man darf nicht trinken man darf nicht Zähne putzen man darf kein zahnstocher im mund haben kein kaugummi Ich muss sagen heute ist der tag wo es mir aber bis jetzt wir haben es jetzt 13 uhr deutlich einfacher fehlt ich habe noch nicht wirklich durst ich habe noch nicht wirklich hunger aber ich habe irgendwie das verlangen irgendwas zu mir zu nehmen kurze info dazu Ich saß jetzt die ganze zeit hier und habe gearbeitet besser gesagt ich habe mir videos reingezogen weil mein kopf nicht ganz so gut funktioniert ich werde mich jetzt wieder ins bett legen dort ein zwei stunden arbeiten dann geht es auch mal heute zum sport Um mal zu schauen wie es ist ohne trinken ohne essen sport zu machen eine ganz lockere einheit einfach und dann geht es am abend Ja hier raus in wien was essen morgen oder besser gesagt heute nach geht es dann nach münchen und dann wird am sonntag auch ein cooles video für euch kommen Eine ewigkeit Ich habe eigentlich gar nichts gearbeitet ich kann es euch so sagen wie es ist muss auf jeden fall noch ein paar sachen erledigen aber mit diesem kopf ist es nicht so einfach Ich bin sehr müde aber wir schauen jetzt trotzdem mal zum sport mich interessiert wie es ist einfach mal so ich weiß ungefähr was ich finde fünf kilometer zeit laufe Ihr könnt ihr jetzt schon meine kommentaren raten was sie denkt was ich finde zeit laufen werde die sache ist ja ich könnte draußen laufen gehen aber ich sage euch ganz ehrlich Das licht gefällt mir nicht die sache ist ja ich könnte draußen laufen aber werden und sie aus der laufbahn schwingen und schauen was wir rausholen können so aus fünf kilometer Komm zeig her ihr seht es 27 27 minuten ist keine top zeit aber ich glaube ich muss gleich kotzen ansonsten geht es mir gut gut ich bin zufrieden Ich bin frisch geduscht Ich bin ready ich bin ehrlich ich habe also natürlich ich könnte jetzt was trinken ja ich sehe da das wasser ich habe sachen zu hause die man lecker trinken könnte aber ich habe jetzt nicht Oh ich muss unbedingt was trinken in 50 minuten darf ich essen Wir haben es auf jeden fall gleich geschafft ladies and gentlemen so weil ihr euch ja immer beschwert der soll sein handy rausnehmen Oh Randy du musst aufstehen was los mit euch gespießer ihr wisst doch gar nicht wie die situation ist beruhigt euch mal in den kommentaren wir fahren jetzt zum spot wo wir essen werden Wir dürfen um 18 uhr essen soviel ich weiß ich komme um 17 uhr 48 17 50 an mit parkplatz suchen wird eng wir gehen jetzt gleich Ähm was essen wir waren auch gestern hier im 10. Bezirk da waren wir einkaufen brot haben wir besorgt baklava haben wir besorgt da fehlt überall der ton deswegen ist das video jetzt ein bisschen kürzer und ihr seht halt jetzt das video für donnerstag und dann kommt noch eins am sonntag wo wir mit family machen so wie es zu hause abläuft ich finde es voll interessant ich werde auch Durch fasten einfach um dieses dieses excitement für das essen und für das ganze auch zu haben schauen wir mal wie lange ich das durchhalte wie lange ich das machen möchte Und jetzt kann ich kaum abwarten zu essen wir haben es 54 Also das geile ist ich war hier schon mal was essen schon ein bisschen her da mag ich weiß dass das essen sehr sehr lecker ist Aber ich glaube hier nur ist drei Also Arla nehmt drei, ich glaub, eins ist nur so Brot, Pide. Ich glaub, ich nehm dann zwei einfach. Ja, zwei hört sich auch gut an. Es gibt auf jeden Fall vier Menüs, ladies and gentlemen. Eins mit so verschiedenen Pide- und Lahmacun-Arten, wenn mich nicht alles täuscht. Dann Merjimac kriegst du dazu, Adi kriegst überall dazu, Suppe, Rips, bisschen Kebab. Teller drei ist einfach alles an Fleisch, was sie haben. Das haben wir das letzte Mal ja auch gegessen. Und vier weiß ich gar nicht, was es ist. Reis mit Pfannen. Auf dem Tisch haben wir ein bisschen Salat, bisschen Joghurt, Datteln, Zitrone. Gute Frage, was die anderen beiden Sachen sind und Brot. So sieht's aus. Wir kriegen auf jeden Fall einmal Menü zwei, einmal Menü drei. Zum Trinken. Was habt ihr alles an Zero-Getränke? Ja, Cola Fanta ist hier. Ich will Fanta. Fanta, gerne. Menü zwei, wer hier? Frankia, woher du das Speerrips? Hast du willst du Speerrips? Ähm, ich will das hier. Das hier. Das ist Frankia, gerne? Ja. Und zum Trinken, was hast du gesagt? Fanta. Fanta Zero, habt ihr nicht. Ab wie flut dürfen wir? Ich glaube eh. Achso, nee. Es hat sich auf die anderen. Auf die anderen. Auf jeden Fall. Ich will nur dieses Wasser trinken jetzt. Das ist das Wichtigste für mich. Wunder. Wunder. Beiaren Motor chopieren. Egal? Wunder wieder lesion. Die Böechen auszupen mit ihr Mari zu machen. Wie ist das? Siemenschen nicht. Ich mag keine Daten. Wie schmeckt sie sogar jetzt? Schmeckt es gut? Ich habe noch nie so genussbar eine Karte gegessen in meinem ganzen Leben. Der Switch war hart. Der war ganz hart. Der war richtig hart. Oma Alan hat gesagt gestern nicht zu viel trinken. Ich versuch's. Aber ich bin ein Mensch. Ich muss immer was trinken. Das ist verständlich. Die Bres haben auf jeden Fall meine Pfanne vergessen. Das ist gar nichts im Gegensatz zu gestern. Ich sag dir eilig. Das ist ja gar nichts. Nur Schafnüsse da rein. Nein, nein, nein. Suppe, Bruder. Da ist übel viel drin. Schon besser gemacht, die Suppe. Zwei Gäste nach 18 Uhr. Heute ist 18 Uhr. Das Ding ist aber irgendwann so bei 18 Uhr. Lass mich jetzt lügen. 18 Uhr 15. Switch dann auf einmal auf 19 Uhr 17. Dann geht's nur eine Stunde. Das ist auf jeden Fall auch mal eine Erfahrung in so einem Restaurant sowas zu machen. Und dann freue ich mich auch schon in München das zu machen. So wie wir es gestern gemacht haben. Da habe ich nicht allzu viel zu zeigen leider. Aber wiederholen wir das auf jeden Fall nochmal. Dieser Tisch ist voll. So wie wir es von unseren türkischen Brüdern kennen. Man sieht diesen Tisch nicht mehr. Schaut euch mal das an. Ich weiß nicht mal was das ist. Was habe ich überhaupt bestellt? Oder? Farang Kebab. Farang Kebab. Was heißt? Ofen. Siehst du wieder was gelernt? Wir haben In-N-Out-Soße. Wir haben Salat. Wir haben Zwiebeln. Wir haben Pommes. Kein Salz. Gemischten Grillteller. Gemischten Grillteller. Gemischten. Ofen Kebab. Ladies and Gentlemen. Pulled. Pulled Kebab. Schau mal wie rosa das in der Mitte ist. Junge, Junge, Junge. Also ich sag mal so wie es ist. Das wird wahrscheinlich auch so gut schmecken. Aber nach einem ganzen Tag Fasten. Das ist geistkrank. Das ist wirklich gut. Das ist dieses Essen wo du einfach genießen willst ohne reden. Wie gut ist die Soße. Das ist einfach natürlich gelassener Geschmack. Ich habe das noch nie gegessen. Schaut mal wie das auseinander geht. Junge, Junge. Ich will am liebsten nur das Fleisch ein Kilo essen. Das ist stark. Was hast du alles bei dir drauf? Köfte. Huhn. Pirsola. Boah. Pirsola ist das. Koteletten. Lahmkoteletten und Adana. Geil. Das ist ein bisschen trocken. Das ist Chicken oder? In meinem Leben habe ich selten so geiles Fleisch gesehen. So will ich, dass mein Hähnchen ist, wenn ich es vom rotisserie hole. Das ist eine 10 von 10. Die Soße sieht gar nicht so geil aus, aber die schmeckt richtig gut. Probier. Komm mal. Probier das Fleisch aufbauen. Schau mal. Du kannst nicht mal das ganze Ding hochgeben. Bei mir ist nur trinken. Ich schwöre, bei mir ist nur trinken. Ich könnte drei Tage. Einzige Ding an der ganzen Sache ist, man denkt, man kann übertrieben viel essen. Schwachsinn. Ich bin jetzt schon fast wieder voll. Das ist so crazy. Geil. Ich habe auch über den Tag verteilt nicht wirklich hart gehungert. Von mir wäre dann wirklich nur das Trinken. Ich glaube, wenn alle fasten würden, würde man noch deutlich weniger Essen verbrauchen. Daily. Das könnte auch sehr gut sein für die Umwelt. Geil. Weißt du was ich meine? Ein paar Sekunden später. Arjun, wie heißt das hier? Das ist Helvawein. Ah, okay. Ah, Helvawein. Guten Appetit. Das schmeckt wie Milchreis und Grießbrei in einem. Geil krank. Ja, Früchte Leute, Helva. Wir haben alles. Wir sehen uns gleich draußen. Wir essen den Spender auf. Ciao, ciao. War aber Top-Menü. Top-Menü. Ich bin wirklich glücklich. Sehr, sehr lecker. Das schmeckt 10 von 10. Wow. So, Ladies and Gentlemen. Ihr könnt mir jetzt in den Kommentaren raten, was es kostet. Alles zusammen. Ja, war geil. War geil. War geil. War geil. War geil. Ich glaube nicht, dass es das richtige Essen ist eigentlich für diesen Moment. Weil ich bin so voll. Gestern war ich nicht so voll. Ja, ja, ja. Heute ist es schlimmer. Egal, wir fassen jetzt auf jeden Fall 2-3 Tage noch weiter. Dann gibt es noch mal ein Iftar. Lass gerne ein Like und einen Kommentar da. Für jeden, der den Kanal noch nicht abonniert hat. Und das nächste Video nicht verpassen will. Könnt ihr gerne rein abonnieren. Peace. Gute. Gute.